Ja, mein Name ist Karin und ich bin hier heute in einem Workshop gewesen und es hat mir total gut gefallen, weil ich einfach so sein konnte, wie ich bin. Und teilweise hat es mir die Sprache verschlagen, weil ich als Denkerfrau völlig durcheinander geworden bin. Es kreiselt alles, aber es ist echt fantastisch, wie ich hier einfach so trotzdem sein kann. Trotz meiner Vollwertkost oder wegen meiner Vollwertkost. Und es ist echt klasse. Mit Leichtigkeit und Freude durfte ich hier sein. Danke.